wie süß du immer grinst bevor es losgeht hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von verflixt und zugenäht mit mir nadine und mit dir fina fina heißt sie genau wir haben heute mal wieder ein thema wir waren ja die letzten male waren wir so ein bisschen thema los und haben einfach so ein bisschen random gequatscht und heute wollen wir uns mal mit dem thema herausforderungen beschäftigen beim nähen ja beim nähen natürlich beim nähen wo sonst tatsächlich weil wir quatschen ja auch immer vorher ein bisschen und dann ist uns jetzt auch aufgefallen dass wir schon mit der einen oder anderen herausforderung mal zu tun haben dann habe gedacht mensch da sprechen wir doch gleich mal drüber oder ja und du hast ja auch gesagt dass du so nachrichten in deiner in deiner instagram inbox kriegst wenn du jetzt mal was anderes als ein einfaches in anführungsstrichen t-shirt oder irgendwie ein ein einfaches d projekt post ist also was jetzt eine jacke ist oder das hast du letztens hast du auch da war doch auch irgendwas nie damals bei dem treuer den du da genäht hast nur mit dem reißverschluss und dem ganzen also wenn du so projekte post ist dann hast du gesagt kriegst du immer viele direkt nachrichten ja es wird folgen mit folgenden worten ja um den kreis mal zu schließen also ich bekomme nicht viele nachrichten und es sind jetzt auch nicht irgendwelche nachrichten wegen hi mensch toll oder so das passiert eher nicht also das passiert wenn dann irgendwie unter dem post direkt aber wenn ich nachrichten bekomme dann sind das ganz oft fragen mensch wie hast du das gemacht und ich traue mich das nicht oder zum beispiel ich habe mal irgendwann das war letzten sommer da habe ich in die instagram kamera reinquatschen gesagt ja ich habe keinen bock zu nähen gerade alles voll kacke das wetter ist so schön eigentlich keine lust drauf und da habe ich so viele nachrichten gekriegt aber ich habe nie tief wie kommst du da raus erzähl mal und ich dachte so gott keine ahnung aber das ist ja zum beispiel so damit können wir vielleicht mal starten einfach mit dem nähtiv weil ich glaube dass das ist es eine herausforderung für dich dass ich habe da glaube ich eine andere meinung zu das ist eine gute frage weil es kommt so ein bisschen drauf an weil man muss ja immer überlegen wo kommt man her und wann wann näht man wie ist so der die ausgangssituation und bei mir ist es ja so dass ich ja nicht zu hause nähen kann weil wir keinen platz dafür haben und ich das ganz in ruhe ganz für mich alleine im keller von meiner mama mache also in meinem alten kinderzimmer das haben wir umgeräumt das heißt nähen bedeutet für mich immer ich habe vollständige ruhe ich habe vollständige me time wenn wir sorry schatz wenn du das hörst aber wenn ich jetzt hier zu hause bin und einfach sage okay ich will jetzt mal meine ruhe haben dann kommt mein mann alle drei minuten will irgendwas von mir wissen will irgendwas besprechen will dass wir noch irgendwas umräumen also das ist für mich keine vollständige entspannung so das heißt mir ist schon daran gelegen dass ich regelmäßig mich in mein nidzimmer verziehen kann und wenn ich dann keinen bock habe oder keine ahnung habe was ich tun soll dann ist es manchmal schon so wo ich denke shit das solltest du jetzt schon irgendwie wissen und wenn ich dann mal länger keinen bock habe ich jetzt einmal keine lust habe ja okay aber wenn ich merke dass ich das so ein bisschen zieht dann dann nervt mich das irgendwie dann denkst du mensch das gibt's auch nicht doch dein geilstes hobby jetzt stress dich mal nicht so jetzt mach was und dann habe ich wirklich gemerkt und das ist mein ultimativer tipp weil alle einige gefragt haben mir hilft das unwahrscheinlich wenn ich einfach anfange also wenn ich mich zu einem projekt zwingen anführungszeichen erst mal und sage okay ich nähe jetzt den pulli und ich schneide den jetzt so ich habe keine lust drauf aber ich schneide den in gottes namen jetzt zu und komm jetzt weiß ich da durch und dann beim zuschnitt schon kein bock und dann anfangen zu nähen und am besten funktioniert das bei mir wenn es ein komplizierteres teil ist also etwas wo ich mich konzentrieren muss sehr gut dafür eignen sich habe ich rausgefunden so täschchen wo du wirklich so einen reißverschluss einnehmen musst und hier da und wirklich volle konzentration und dann kriege ich so ein richtig flow und habe keine lust mehr aufzuhören und bin bin wieder voll und feier das ist mein tipp das ist boah aber warum machst du da nicht einfach was anderes bei dir zu hause im keller weil wir keinen keller haben in dem man was machen kann nein ich meine in deinem nähkeller du kannst doch trotzdem abhauen auch wenn du keinen bock auf nähen hast warum musst du denn dann nähen ja weil dann die konsequenz wäre dass ich am handy hängen und irgendwelche komischen spiele spiel oder auf instagram also ich habe sagen so basteln ist jetzt nicht so meins also ich sage okay dann dann mache ich mal halt irgendwie armbänder oder so das ist nicht so mein ding also ich mache eigentlich nur nähen deswegen kommt nichts anderes in frage ja ok ja ja gut denn man kann ja auch einfach chillen also ja ich glaube aber ich also ich glaube dass das schon auch so ein bisschen ich weiß gar nicht wie man das so sagen soll aber ich meine wir sind ja alle also wir aber doch wir sind die hobby näher also auch die die leute die auf instagram unterwegs sind wir machen das ja nicht weil wir müssen sondern weil wir wollen ja und ich glaube dass es immer total ist aber auch mit jedem ding mit dem man neu anfängt wenn man so anfängt mit dem nähen mit dem neuen hobby in dem fall jetzt und auch merkt dass es dann funktioniert und schöne sachen dabei rauskommen und noch schöne stoffe hat und so dann ist man ja am anfang immer komplett geflasht irgendwie also du hast ja tausend ideen und immer willst du wieder was neues ausprobieren und machen und nähen und auch schnelle projekte und es gibt einem ja auch so eine so eine befriedigung also es ist man ist ja dann so glücklich hinterher ist ja wie so eine kleine kriegst ja positive hormonausschüttung und bist stolz auf dich und so und dass das irgendwann vorbei ist ist total logisch also ich kann man das sogar mit verliebtheit vergleichen weißt du also dass du am anfang ja so richtig und feier bist und dann kommt halt irgendwann so das plateau wie bei jeder beziehung wo sich das so eingroovt dein schrank ist voll du hast eigentlich genug polis oder du denkst dir so ja ist toll aber eigentlich brauche ich es gar nicht mehr und dann kommst du irgendwo so beim nähen in so eine phase wo du denkst ja aber was mache ich denn dann jetzt ich will und aber eigentlich und ich finde es auch völlig völlig okay weil man kann nicht immer so nehmen wie am anfang weißt du also so und ich glaube aber dass man so diesen dieses a den tatendrang hat also allein diese kreativität du willst ja dann irgendwie ausleben was erschaffen was schönes machen auch was für dich es ist ja wie setzt für dich die der freiraum gekoppelt mit deinem hobby ist also dass du ja beides zusammen für dich dann genießen kannst genauso ist es ja es ist irgendwie immer so wenn irgend ein tolles teil unter der maschine vorhobst ist man ja stolz auf sich und man ist ja glücklich so und wenn du das dann wenn du plötzlich nicht weiß was du nehmen sollst dann fehlt dir so denken glückshormon weißt du so dieser stimmt der input und ich glaube dass das dann viele deprimiert obwohl das ja eigentlich gar nicht gar nicht schlimm ist sondern völlig normal und ich glaube schon dass es schwierig ist für manche für manche kunden oder jetzt kunden ja bei mir sind jetzt kunden bei denen ich das einmal so mit krieg ich mir immer denke ja weißt du wenn du halt ein tief hast das ist voll okay das muss man sich keine gedanken machen dann machst du halt was anderes und dann würde ich das projekt schon wieder über den weg laufen also ich bin ja jemand ich stricke dann also ich brauche das auch ich muss auch was kreatives machen aber ich weiß dann da so ein bisschen aus und das schöne am stricken ist das ist länger dauert also das projekt das nimmst du ein bisschen länger mit als wenn wir jetzt nähst das ist schon so ist bestimmt auch cool ja wenn man wenn man es will also nicht jedermanns sache andere fangen dann wirklich an mit dem basteln im moment ist ja hier dieses gießen total in also ja aber ich glaube auch dass das so ein punkt ist wo du wo du einfach wenn du so eine kreative ade hast und das haben wir ja als als jemand der näht oder ich möchte jetzt nicht basteln sagen aber es ist ja was mit erschaffen und handarbeit und machen dann gibt es auch immer noch mal so andere sachen wo man sich gerne vielleicht mal ausprobiert und mal hinguckt und es ist aber okay wenn man auch mal ein nähtief hat oder so wenn du sagst so ich habe finde jetzt nichts man muss sich halt so eine kleine ersatzdroge suchen ja ja absolut ich stimme dir total zu also ja absolut und ich finde auch dass so ein nähtief wie du eben schon gesagt hast auch nichts schlimmes ist also es ist auch nicht so dass mich dass das tief an sich stresst dass dann irgendwie vielleicht gedanken kommen von wegen höre ich habe nichts zu zeigen oder was weiß ich was das gar nicht sondern einfach dass ich dann irgendwie denke so was ist mit dir los warum warum hast du jetzt keinen bock drauf du hast doch gefühlt 365 tage im jahr bock drauf warum jetzt nicht und ja und das ist dann auch weil das nächste geile nähprojekt noch auf dich wartet dann ja ja jetzt hier die die letzten tage das lief die maschine ist gelaufen ich war so on fire ohne scheiß ich war mein mann der hat probleme mit der schulter oder im arm oder irgendwas dann konnte da nicht klettern gehen ich war jeden tag jeden tag nicht gestört völlig gestört aber ich hatte sehr schön hast du ich habe schon ein paar teile gezeigt oder ja ich habe schon ein paar teile gezeigt ja also guckt euch mal nadines instagram kanal an ich finde es toll also und man kriegt schon so das muss jetzt natürlich auch sagen also ich habe im moment 0 ich also ich bin mit dem winter bin ich schon lange durch also der war bei mir schon mitte januar war ja schon da habe ich schon hier gehabt und habe gedacht ich habe keinen bock mehr dieses jahr irgendwie noch viel viel früher als sonst aber ich habe keinen bock mehr mich warm anzuziehen ich habe keinen bock mehr auf police ich habe keinen bock mehr auf hosen ich will auch keinen lagen look mehr ich jeden morgen stehe ich von meinem vollen küche und denke mir ist hoffentlich auch voll und denke mir so ich weiß auch nie was ich anziehen soll ich habe da keinen bock mehr drauf ich will wieder meine kleider anziehen ich will meine sneaker anziehen ich will so und wurde es jetzt die letzten tage so ein bisschen schöner war also ich meine auch wenn es jetzt regnet aber es sind ja trotzdem angenehmere temperaturen ich finde auch wieder ich habe wieder voll den also nicht dass ich jetzt viel genäht habe aber ich habe wieder so es geht wieder los ne ich fange wieder an in outfits zu denken und mir wieder so sachen zu überlegen die ich jetzt noch so nähen könnte zum komplettieren und so und jetzt macht wieder spaß also ich merke wieder jetzt kommt auch wieder die zeit wo so projekte wieder vor der tür stehen die ich gerne nähen möchte weiß aber hätte mich jetzt einer im dezember gefragt ja so ich finde auch also police nähen ist jetzt auch es es geht schnell das muss man ja fairerweise sagen so ein pulli geht einfach schnell und den kannst du ja auch aufwendig machen indem du ja weiß ich nicht da irgendwelche ösen einsetzt und die kordler durchlaufen lässt oder schlitz hier schlitz da also da hast du ja wirklich auch möglichkeiten das alles ein bisschen anspruchsvoller zu machen aber das ist jetzt sind so projekte da bin ich nur mit so einer dreiviertel begeisterung dran tatsächlich also dass auch nicht so viele police genäht na aber wie sagt ja ich habe einfach keinen bock mehr was warmes zu nähen die drops war gelutscht das ist so für das karte da fange ich jetzt dann wieder irgendwann vielleicht mal im september an der schrank ist voll ich habe genug so zum anziehen gehabt weißt du so ich hatte auch einfach keinen bock mehr den nächsten dicken streck zu vernähen also weißt du das auch ich bin schon voll im sommer und so nicht mir so kalt die kleider und das und dann weiß ich hatte jetzt die tage hatte ich ich habe da etwas bluse genäht aus so einem heißt das popeline oder popeline popeline wahrscheinlich popeline ja die blaue deine sneak peak nein die die ich gezeigt habe die ist so beige also ja und dann hatte ich die letzten gott wenn ich die an auf der arbeit und da war es noch nicht so warm und diese bluse ist ja so weit der ganze wind drückt hat die bluse durchgezogen weil ich halt auch schon durch bin im winter da habe ich gedacht ja komm es sind irgendwie zehn grad ziehst du mal so ein blüschen an eine schlechte idee war das denn also ich trage meine ja auch aber nur mit jacke drüber ich lerne manche dinge glaube ich noch aber die sneak peak bluse die blaue auf die kann ich gerade drauf gucken die ist mega geil geworden mega dann hätte ich aber bitte auch gerne dann demnächst auf insta und so schöne detailfotos ja dass sie an dir gut aussieht weiß ich auch wieder so was das hat mich richtig gecatcht ich war beim beim delta fabrics an dieser stelle hello und wenn man also ich bestelle ja als da online und so dann hole ich das immer ab weil es immer total nett ist dort hinzukommen und dann quatscht er meistens noch mehr als sonst irgendwas und da war halt auch das ist so ein blauer musselin also royal blau musselin aber hat er so ein bisschen leinen optik der ist der krinkelt nicht so sondern der knittert auch ein bisschen aber der ist eher glatt so ein bisschen edler musselin ja ja genau und dann habe ich genau gewusst das wird noch mal evas bloße was anderes kann es nicht werden noch mal evas bloße und die ist so schön oh gott ist die schön richtig ich finde auch die farbe so toll also ein träumschirm ja die klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant aber ich glaube die steht mir auch ganz gut sondern royal blau glaube ich zumindest also ich bin es an mir gucke ich mir gerne an sagen wir es mal so doch steht ich habe ja ich habe ja noch den du hast die nähle in blau gemacht du bist mein covergirl ja den mantel und das sieht richtig toll aus ich also die farbe an sich schon der knaller ich finde auch dass das eine relativ universelle farbe ist also auch so für die typen je nachdem wie man es dann kombiniert und wofür man die halt benutzt aber das kann ich mir schon gut vorstellen ich freue mich darauf auf die bilder schickt ihr gleich mal eins ja geil ich habe sie zuerst gesehen ja das ist das ist so das thema mit dem tief wenn man genau das native genau aber was was gibt es denn noch für herausforderungen mit denen du vielleicht truggles egal gar nicht ich trage ich trage nicht bei mir nicht ich trage laufte aber das wäre ja das wäre ja das nächste wenn dann so fragen kommen von wegen jetzt immer mal einfach mal bluse das ist so kompliziertes traue ich mich nicht ich traue mir keine bluse oder auch bei manchen hosen ich traue mir keine hosen zu nehmen weil das sieht so kompliziert aus und so also als allererstes sage ich immer das ist nicht kompliziert also es ist vielleicht aufwendiger das möchte ich gar nicht abstreiten also das brauche halt vielleicht ein bisschen mehr zeit mehr ruhe mal mehr gläschen prosetschki nebenbei oder irgendwie weiß damit die naht besser flutscht aber im zum also wir machen das ja auch weil wir gerne neue dinge lernen möchten das glaube ich zumindest ich glaube nicht dass man ewig glücklich ist wenn man den 448 pullover oder das t-shirt einfach nur so durchrattert vielleicht gibt es die gruppe aber ich glaube so irgendwann also a traut man sich ja dann auch mehr oder man wenn man wenn man diese erfahrung schon hat von vermeintlich einfacheren projekten dann merkt man auch dass die größeren projekte auch nicht so viel schlimmer sind und es macht ja auch spaß da kommt jetzt eher eigentlich dieses thema der weg ist das ziel also auch mal durchzuatmen und zeit zu genießen wenn du einfach so ein rückteil zum beispiel schön raffst dass du wirklich noch mal guckst und einfach noch mal schaust und dir die zeit auch nimmst sachen in ruhe zu machen und einfach auch mal ein stück weit genießen dass es eben nicht so schnell geht also das finde ich ganz cool ansonsten finde ich anleitungen einfach wichtig also das ist das es gut beschrieben ist aber eigentlich findet man auch überall hilfe also entweder man fragt halt das ist bei mir zum beispiel so also ich meine ich habe ja auch schnappsideen ja also zum beispiel du mit deinem blazer da ich sitze ja ich sitze ja auch das noch also bin ja kein profi blazer näher ja und dann sitze ich auch vor den schnittteilen und denke mir ach du grüne neune was hat was hat denn die frauke da gemacht und ganz ehrlich da hilft nur fragen also da das wird dann plötzlich alles logisch und dann erklärt sie mir das auch und genauso ist es ja eben auch bei nähprojekten die man jetzt kauft also wo du schnittmuster kaufst oder irgendwie hat derjenige noch mal ein anleitungsvideo dazu ist die anleitung gut gemacht und ansonsten frag ich halt einfach nur also wie geht das noch mal ja ich meine aber wie du schon sagst man findet ja auch im internet hilfe ommas also ich habe eine freundin die hat jetzt ihre nähmaschine bei mir in den keller gestellt und hat mich gefragt ob ich ihr das nähen beibringen kann ich sagt ja okay also keine ahnung was du darunter verstehst aber ja wir können zusammen nähen und die hat sich nicht getraut irgendwie eine naht zu nähen und dann habe ich auch zu ihr gesagt also du also natürlich kann ich dir das war wir haben so so lavendelsäckchen gemacht ne wo du einfach quasi drei seiten schließt wenn du das stoppst den ganzen lavendel rein bügelst halt die naht dinge um und schließt wieder fertig also noch nicht mal mit matratzen stich sondern einfach mit der maschine drüber gerattert so und das hat die sich nicht getraut dann habe ich auch zu ihr gesagt du also letztendlich du musst das einfach machen und das wird vielleicht die ersten zehn kissen wird das aussehen wie kraut und rüben weil sie dann auch sagte ja bei dir sieht das schöne außer ich ja gut habe ich halt auch schon ungefähr 37 millionen mal gemacht eine gerade naht genäht ja aber bei der ersten jahr bei der ersten naht war es auch schäpp und klar nicht dran wenn ich mich daran erinnere wie ich mit dem nähen angefangen habe ich habe nie einen kurs gemacht ich habe das alles ich habe das ausprobiert und wenn ich gemerkt habe ich komme nicht weiter dann habe ich halt youtube aufgemacht und habe da eingegeben weiß nicht eine gerade naht nähen um jetzt mal bei dem beispiel zu bleiben und dann hat mir halt irgendwer im internet erklärt wie ich das jetzt mache und da das war so ja also man muss es letztendlich und so ist es ja auch bei den schwierigeren sachen schwieriger in anführungszeichen wieder zum beispiel zu einer bluse wenn man da irgendwie mensch das traue ich mich nicht und so das ist genau das gleiche in grün nähen ist immer dasselbe du legst was rechts auf rechts und du nähst es zusammen es ist immer dasselbe in kragen legst du rechts auf rechts und du nähst ihn zusammen ja in hoodie nähst du rechts auf rechts ja also vom prinzip her ist es immer das gleiche und das kannst du nur die verarbeitung wird natürlich die teile werden kleiner du musst dann halt gucken dass du vielleicht an der einen oder anderen stelle ein bisschen genauer nähst wenn wir jetzt mal beim kragen zum beispiel bleiben dass du auch steckst dass du bügelst aber ich finde das sind sachen die kriegst du mit und vielleicht ist die erste bluse dann nicht so dass man sagt oh ja hier will ich jetzt zur firmenweihnachtsfeier tragen aber mit sicherheit versprüht sie ein glücksgefühl weil du denkst geil ich habe alle teile dahin gebracht wo sie hin sollten es ist kein teil übrig und sie fällt nicht auseinander sie ist fertig und das hoffentlich ja und das ist ja mal so der allererste kick den man kriegt und dann wird es mit jedem mal wird ja nur besser es gibt ja beim nähen keinen rückschritt dass du auf einmal nicht mehr gerade ausnehmen kannst das gibt es ja nicht du hast das einmal gemacht und dann kannst du das nee das einzige das einzige problem was es gibt das ist das sitzt vor der maschine muss ich ganz ehrlich sagen denn das ding ist dass die erwartungshaltung ebenso extrem ist dass man sich vergleicht wie in allen anderen sachen mit jemandem der schon ewig näht zum beispiel und genau das was du gesagt hast finde ich jetzt halt wichtig wenn ich die erste bluse oder was auch immer das erste täschchen unter der maschine vorhole und die naht hält und sieht einigermaßen gut aus das mal so ja dann habe ich verdammt noch mal stolz auf mich zu sein und nicht den fehler zu suchen dass es nicht so perfekt aussieht wie jemand der der lehre gemacht hat und dem das während der lehre 800 mal eingebläut wurde und wo die mit einem millimeter maß gekommen sind und geguckt haben das wird mit jedem mal besser und so ist es man muss man muss halt auch mal die erfolge feiern und nicht immer nur die kleinen fehler suchen absolut unterschreiben absolut das ist das ist ein problem hier oben tatsächlich ja ja und dieses wenn ich also mir tut das wirklich immer weh wenn ich das so höre das ist nicht perfekt geworden ich trage das jetzt nicht was hast du denn was hast du denn vor zehn jahren gemacht als du noch nicht genäht hast hast du dir die klamotten da mal angeguckt die hast du da auch getragen und da war auch nicht alles perfekt so und es sieht ja keiner mensch wenn der kragen unten hier hinten wenn da ein bisschen was ist und du weißt das aber wer guckt ihr denn hinten unter den haaren im nacken unter den kragen niemand so der der dahin guckt ja der darf es auch sehen absolut aber ich glaube ich habe das schon mal gesagt ich bin ja auch so ein kandidat also wie solchen sagen in den im sichtbaren bereich will ich auch dass es richtig gut aussieht also das ist mir dann auch schon wichtig was jetzt zum beispiel auch keiner sieht es bei evas close bei der ersten die ich gemacht habe aus popeline ich weiß gar nicht ob da die anleitung schon da war oder nicht auf jeden fall habe ich da die die passe nur einmal zugeschnitten gehabt und dann habe ich gemerkt okay die soll quasi doppelt gemacht werden und dann mit dieser burrito methode genäht werden okay also habe ich hatte noch so ein kleines stück von dem stoff übrig und habe das da drauf gelegt und habe die ausgeschnitten und dann habe ich gesehen dass mir einfach oben so ein großes teil fehlt vom ärmel den habe ich abgeschnitten scheiße kannst du jetzt halt auch so nicht zusammen nähen weil dann passt das alles nicht mehr aber ich hatte nicht mehr genug stoff um noch mal dieses teil auszuschneiden also habe ich dieses kleine ding was fehlt habe ich abgemessen und habe es halt noch mal ausgeschnitten mit einem zentimeter naht zugabe habe das quasi an die passe dran und eigentlich war der plan dass diese naht wo ich das zusammengenäht habe dann natürlich innen ist und man dann von innen quasi einfach nur sieht dass es da halt eine naht gibt habe ich aber beim nähen vergessen oder wie auch immer habe dann quasi gemerkt dass diese hässliche naht in anführungszeichen dann nach dem wenden doch außen ist also nicht außen hinten sondern außen drin ja 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 und habe dann auch gedacht ach komm was soll ich mache das jetzt nicht noch mal auf weil wenn ich die bluse trage diese hässliche naht guckt meinen rücken an dass er niemand niemand mehr außen war ja das richtige teil das ganze teil also ich poste das auch mal sehr gerne in der instagram story dann könnt ihr euch dieses desaster mal angucken mach mal bitte aber das sieht kein mensch es sieht einfach keiner ist mein rücken ja aber es gibt genug die jetzt sagen würden ich ziehe es dann nicht an weil ich das weiß ja aber das ist ja schön ja das ist quatsch ich würde verstehen wenn man jetzt irgendwie den kragen total versaut hat der auf der einen seite länger ist als auf der anderen oder die knopfleiste was weiß ich da irgendwas passiert ist oder ein loch vorne drin das hat man reingeschnitten dann würde ich sagen okay das verstehe ich weil das sieht jeder sofort und das wäre mir dann auch wahrscheinlich unangenehm aber so sachen die kein mensch sieht weil die irgendwo innen sind oder sonst wo wie du eben gesagt hast unter dem nacken unter den haaren ja so what so what das macht das teil nicht weniger werte gut ich werde jetzt wenn ich jetzt irgendwann mal meinen kleiderschrank ausräume würde ich diese bluse halt niemals verkaufen na also die würde halt ja und klanglos dann im müll wahrscheinlich verschwinden oder jemandem vererben oder so ne würde ich halt niemals an die breite masse geben aber ansonsten die bluse sieht doch voll geil aus das sieht doch keiner ja genau und wir reden ja jetzt dann hier jetzt auch über die wirklich also für dich jetzt sind die wo man sich dann wirklich auch die ersten male traut und und daran geht na das passiert einfach mal und entweder ich muss dann in dem moment die entscheidung treffen dass ich zum nahttrenner greife und das ganze eben doch noch mal aufmachen ok hat das andere ist auch ist auch ok man darf das das ist nicht schlimm es macht sich keinen abbruch der bluse wirklich über oder wie auch immer also traut euch und wenn ihr ich meine dafür sind wir ja das ist halt auch was das muss ich auch sagen ist auch so ein bisschen verloren gegangen vielleicht wird es mir auch einfach noch nicht angezeigt aber ich habe ja auch auf instagram 2016 angefangen mit dann posten und bloggen und so und wir haben uns viel viel mehr geholfen untereinander also da wurde auch viel mehr da wurden viel mehr probleme gewälzt also fragen wo du dann etwas postest und sagst wie soll ich das jetzt lösen so wie du mit den knöpfen gestern und das war jetzt einfach nur eine farbentscheidung aber ja und da haben wir halt auch uns gegenseitig tipps gegeben wie auch immer oder guck mal da oder wie auch mal das ist ja gar nicht mehr heute präsentiert und dann kannst du ja deine fertigen perfekten klamotten die auch noch schön inszeniert sind und es ist eigentlich nur noch so eine darstellung oder ein zeigen so das habe ich genäht super da ist es aber es ist ja eine community und man kann ja auch fragen stellen wie macht ihr das am liebsten mit dem kragen weil da gibt es ja auch drei verschiedene vier verschiedene varianten keine ahnung der eine schnippelt rein der nächste nimmt die faden methode der andere weißt du jeder macht es irgendwie auf seine art alles ist legitim alles führt zum erfolg aber vielleicht hat er noch mal jemand irgendwas und sagt hey probiert es doch mal so finde ich mega und das kann man ruhig machen man kann jeden fragen absolut absolut auch mich wäre ich irgendwie gar nicht auf die idee gekommen jetzt tatsächlich also ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen überlegt und ich bin es war für mich noch nie eine option irgendwie ein unfertiges bild zu posten und darunter zu fragen wie man es am besten machen könnte aber ich glaube das liegt nicht daran weil mich das nicht interessieren würde sondern einfach weil man es glaube ich so suggeriert kriegt man du postest dein fertiges werk alles andere interessiert sowieso kein schwein aber ich glaube genau das gegenteil ist eigentlich der fall also ich finde das ich finde das gerade mega spannend weil das ich kann mich gerade auch voll selbst reflektieren und denken so hey warum 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 habe ich das nie gemacht ich würde es voll feiern wenn ich das sehen würde ja du musst mal meinen also wenn du noch wenn du noch kannst kannst mein feed mal runterscrollen da sind bestimmt noch so ein paar alte aber ja ich würde es nicht mehr machen ich glaube die app stürzt dann ab wahrscheinlich ich habe es mal probiert aber irgendwo ja macht auch keinen sinn aber das war schon cool also es war schon schön ja 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 why not also ich meine wenn dann mache ich irgendwie sowas in den stories da sehen es dann ja auch immer die leute die mir folgen das ist doch auch voll in ordnung man muss es ja nicht in den feed machen ich meine heute haben wir ja das mittel der story gab es das damals nicht nee ist doch ich fand es doch ich gibt es noch nicht so lang seit drei jahren oder so nein viel länger naja aber viel länger warte mal nee 22 schon dann sind sie irgendwie 19 oder so gekommen oder 18 nee 18 auch schon als ich im laden war aber gut also kurz vorher am anfang gab es sie nicht am anfang gab es nur fotos ich ja also das könnte das könnte auch 2016 gewesen sein ich erinnere mich nämlich doch ich erinnere mich an meine allererste instagram story ich erinnere mich daran weil das hat mir nämlich im urlaub habe ich jemanden kennengelernt also ein mädel und die hat allen möglichen scheiß ständig auf instagram gepostet die hatte einen account für ihre katze und ein arsch voll follower und da habe ich ihr gesagt aber was machst denn du da den ganzen tag und dann hat sie gesagt ja sie nimmt da stories auf und ich habe gesagt gott was ist das denn und dann hat die mit mir meine allererste story gemacht das ist ja alles so nach und nach gekommen dann konnte es ja auch erst videos irgendwann posten okay du hast du hast recht meine erste story war am 24 januar 2018 da gab es das dann schon das war mal das war meine allererste story also ich finde das für mich wäre es heutzutage auch in der story total legitim also finde ich auch wenn man nicht mehr als ich empfiehen haben möchte aber ich finde das ist alles das wird alles überbewertet ach ästhetik und da darf nur das rein und hier das also weißt du kannst ja auch so ein schönes foto posten und da ist wenigstens die möglichkeit in einem feed also dass kommentare runter kommen und man eben auch eine konversation miteinander betreiben kann und auch die anderen vielleicht noch was davon haben und sonst postest du wieder so ein screenshot hinten dran und hast dann nur deine keine ahnung 28 worte die du schreiben kannst dann ist der sticker weg ja das stimmt also ja doch man nimmt das alles so ein bisschen zu ernst es ist eine community wir sind da zusammen ja das stimmt und ziemlich finde ich ja hast du gibt es irgendwas für dich beim beim nähen wo du immer vorher so ein bisschen jetzt schiss ist das falsche wort aber was für dich beim nähen eine riesen herausforderung ist weil manche sagen ja weiß ich weiß ich nicht knopflöcher zum beispiel immer wenn sie ein knopfloch nähen müssen dann kommt der kalte schweiß oder so gibt es da für dich irgendwas wo du sagst oder das ist immer was das mal klappt mal klappt es nicht alles alles klappt mal klappt mal nicht ich schaff's ja aufs bündchen falsch rum zusammen zu nehmen und dann anzunehmen also und dann denkst du dir auch so wie kann wie kann das denn jetzt passieren weißt du also ja nee es geht immer irgendwas keine ahnung nee eigentlich nicht augen zu und durch ich habe so viele ich habe so viele sachen bei denen ich am anfang da sitz und denkt mir wie mache ich das denn jetzt weil auch wenn dann so wie machst du es jetzt am besten für so eine anleitung zum beispiel ich mache mir ja vorher immer gedanken dass es dann auch irgendwie alles sinn macht und dass ich den besten weg da irgendwie oder den einfachsten so den man am ersten am besten nachvollziehen kann irgendwie nehme und so da geht mir auch immer was schief ja wenn wenn ich irgendwo in der hose mal einen reißverschluss ein oder so da muss jedes mal gucken jedes geht mir nicht einfach von der hand dass jedes mal muss ich gucken wie an der hose der reißverschluss eingenäht wird aber es sind ja nur drei oder vier simple schritte die sind zwar ein bisschen anders als sonst also als beim jetzt keine ahnung bei einer tasche oder wie auch immer ne aber da muss ich jedes mal gucken und dann mache ich das aber auch da nehme ich mir die anleitung oder macht das video wieder an und mein eigenes video an das ist okay das ist legitim das heißt deine ganzen deine zuschauerzahlen auf youtube kommen eigentlich von dir selbst so viele hosen ich mache ich mache ehrlicherweise wirklich eher nehme ich meine gedruckten anleitungen das problem ist ich kann mir auch den podcast hinterher nicht angucken oder anhören weißt du die eigene stimme und so genauso ist es bei den videos du weißt schon dass ich mir den jedes mal noch mal reinziehen muss ja ich ja immer dann diese diese sequenzen rausschneide für instagram ich habe mir das immer zweimal an wie klingst du eigentlich ja das denke ich mir auch jedes mal was hast du eigentlich für eine stimme die ist ganz normal die ist ganz normal meine liebe danke klingt wie immer zu schätzen und ansonsten genau zurückzukommen wenn ich was überhaupt nicht weiß frage ich dann kommt dann kommt er dann kommt der hilferuf ich meine ich bin ja jetzt auch ein bisschen privilegiert ich habe ja jetzt die meine schnittengel an der hand und die frauke weiß ja die kann mir das dann auch immer erklären obwohl ich auch manchmal und das hat schon geiler manchmal oder ja wird sachen dann schon so umsetzen wie ich es haben will anstatt so wie sie es haben will weil ich einfach sag ich möchte einfach einfach haben es muss für mich jetzt nicht der perfekte weg mit den perfekten schnittteilen sein wenn ich es doch anders einfacher erklären kann uns eben auch ein einsteiger schafft ohne eine große hürde zu haben und das ist schon bei manchen sachen so dass ich ja dass ich da sachen einfach anders macht und sie sagt ist richtig gute idee alles richtig gemacht würde ich sagen nee aber da kommt die profi variante kommt ja dann auch immer ne also dann mit die korrekte und die nach lehrbuch und so ne aber manchmal kann man auch einfacher nähen also beste absolut die beste also das beste beispiel finde ich dafür ist immer schrägband ja ich ist klar dass man das aushalten kann und dass man das erst mit der einen seite und dann umschlägt und dann noch mal und hin und her und dann sitze ich aber da und fragt mich da gibt es leute die kaufen für 150 euro und schrägbandformer den sie sich an die nähmaschine heften der das durchzieht und in einem rutsch annäht aber ich glaube das ist doch nur interessant wenn du dir dein schrägband selbst machst oder wenn du quasi den fetzen stoff schneidest dass du das dann halt nicht ein bügeln muss exakt ist ja okay aber die anderen ich meine wenn ich schrägband ansonsten selbst herstelle dann muss ich mir das ja auch vorher bügeln oder so an den nach prinzip und dann denke ich mir so ja wenn mein schrägband doch aber so toll gebügelt ist dass ich das auch einfach so an die kante anlegen kann warum soll ich dann nicht annehmen ich mache das auch so dass ja eine seite annähen und dann umklappen das wird nie was und ich mache das schrägband ich bügel das immer noch mal in der mitte noch mal drüber ja dass die mitte noch mal ordentlich gebügelt ist ja das angelegt da wird auch nichts festgesteckt weil wenn das gut ist wenn du das auch so ein bisschen ziehst dann legt sich das auch irgendwie so um den stoff drumrum das geht viel einfacher das ist perfekt ja und ich gebe durch ich gebe zu ja es ist nicht die klassische art und weise aber sie funktioniert doch und es wird bei mir nicht schlechter als mit der anderen variante und da kann jeder machen was er will aber das ist auch so ein beispiel wenn ich mir denke mache ich so ja völlig legitim ja und was ich aber noch mal sagen wollte da musste ich nämlich gerade als meine freundin da war zum nähen musste ich gerade daran denken ich finde das ist meine meinung wenn man mit dem nähen beginnt dann stattet man sich ja aus und dann kauft man die bücher also zumindest war das bei mir so ich habe mir nähbücher gekauft und das war jetzt auch bei meiner freundin so und ich finde aber dass bei manchen büchern nicht bei allen aber es gibt da so ein gängiges ein sehr sehr gängiges damit kann ich heute noch nicht nähen weil ich nicht verstehe was da drin steht naja so über manche schnittmuster herstellern also aber ich finde ich finde halt ganz oft dass wenn du wenn du schnittmuster kaufst dass die anleitung die da dabei ist wahrscheinlich auch den platz geschuldet dass sie deutlich ausführlicher ist und viel also dass ein anfänger meistens so was bei mir dass ich damit mehr gelernt habe als mit diesem nähbuch was der bestseller überhaupt ist wo ich heute noch nicht raff was die von mir wollen das kann schon sein also ich bin jetzt nicht so der nähbuch freak auch wenn ich eins gemacht habe was aber by the way sehr gut beschrieben ist doch muss man schon sagen muss man schon sagen deswegen es sind ja nicht alle bücher schlecht also so will ich es ja gar nicht sagen ja ich glaube auch also gerade so die also die bücher die ich jetzt auch so von 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 nähtanten gesehen habe ich sag mal ganz blöd jetzt ja von uns sowas wie mich vielleicht liegt es aber auch daran dass wir die die community ein bisschen besser kennen oder die zielgruppe weiß ich weiß es nicht weiß ja nicht von welchem buch du da gerade redest wollen wir mal außen vor außen vor halten aber manche sind halt schon sehr so von oben herab geschrieben oder sehr sehr kurz gehalten oder so wie bei vielen manchen anleitungen wo du einfach sagst dass da da kann ich auch nicht nähen mit lernen oder ich weiß nicht was die will genau das ist sie sind einfach kurz gehalten und ich finde gerade wenn du anfängst oder dir noch irgendwie unsicher bist und sagst mensch ich traue mich das nicht dann brauchst du einfach eine sau ausführliche anleitung die muss einfach gescheit bebildert sein vielleicht auch mit einem stoff wo man auch gut sieht was man macht also jetzt vielleicht nicht irgendwie ein schwarzer sondern irgendwie was knalliges wo man einfach sieht welche nähschritte da gemacht werden und im idealfall hat das ding noch eine videoanleitung wo du dann einfach noch mal schritt xy die anschauen kannst und ich finde halt als anfänger bei manchen büchern da haben wesentliche schritte gefehlt oder auch punkte gefehlt wo ich gar nicht wusste wie ist sie denn da jetzt hingekommen beispielsweise was natürlich heute dann schon klarer ist weil du einfach weißt ja okay na du musst jetzt einfach noch kurz irgendwie weil ich einmal rumdrehen oder so ja keine ahnung jetzt ganz banal aber das fand ich für mich war das eine riesen hürde damals eine riesen hürde aber es gibt ja viele möglichkeiten nähen zu lernen heutzutage also ich glaube so viele möglichkeiten gab es auch noch nie da dürfte eigentlich jeder seine art finden also es wird dir werden ja auch wieder viele nähkurse angeboten ja du kriegst wo du wirklich vor ort hingehen kannst es gibt also so viele online kurse die man machen kann wie gesagt wenn du bock und zeit hast und nerven muss man auch ganz ehrlich sagen also ich sag mal so sich das irgendwie selber zusammen zu suchen das wissen ist schon auch anstrengend und es ist auch nicht so easy und ich verstehe leute die sagen wo ich habe keinen bock mich durch youtube zu klicken oder so natürlich findest du alles aber du weißt ja auch nicht brauche ich jetzt genau das oder das ist halt wieder try and error faktisch findest du alles aber es gibt so viele möglichkeiten und jeder findet eine absoluten ich finde auch gerade für den anfang wenn man einsteigt finde ich nico ist echt cool weil man kann sich so viel zeit sparen wie du eben gesagt hast man diese ganze youtube klickerei und was ist eigentlich rechts auf rechts und was bedeutet im bruch und oh mein gott also es ist einfach her und investiert das geld ganz ehrlich so nico ist dass du einfach die basics kennst weißt wie es ungefähr läuft wie kriege ich meine maschine dazu gerade zu nähen und wie sind die begrifflichkeiten so und dann läuft es auch bei ich habe ja wieder einen kurs übermorgen ja du machst nähkurse auch das war ja tatsächlich gar nicht du machst nähkurse auch zu bestimmten projekten oder einfach so offene nähkurse wo man sein ganz normal wir haben den anfängern die kurs aktuell wir haben einen overlock kurs und ein kindernähkurs der immer wieder regelmäßig kommt und auch gut eingenommen wird ja sowohl online als auch also offline als auch online also finde ich auch ziemlich cool eigentlich kunden buchen die auch so und das finde ich auch schön also wir haben ja sehr sehr viele projekte drin und finde ich finde meine ich finde meine kurse auch gut aufgebaut aber nee das ist schon so und jeder jeder findet halt sowas aber ich gerade so die einsteigerkurse sind mir halt wichtig und danach sag ich zu meinen kunden eigentlich immer danach kannst du zum nähwochenende kommen auch da lernst du mehr als wenn du dir irgendwie ja als wenn du jetzt noch mal 28 kurse buchs irgendwie es wird halt hinterher schwierig dann finde ich jetzt persönlich weiterführende kurse so anzubieten dass du sie auch voll kriegst weil dann hat ja doch jeder so seine eigenen vorstellungen der eine will eine bluse nähen der nächste will die hose nähen der andere will taschen nähen und interessiert sich für reißverschlüsse oder was auch immer aber so ein nähwochenende ist immer eigentlich der perfekte aufbau und da kommen auch viele dann so direkt oben drauf cool da kannst du dann deine ersten t-shirts nähen deine ersten tashien dahin weißt du und du hast leute außenrum die wird die du fragen kannst müssen wir wieder bei dem frag einfach hol dir rede mit den anderen hol dir inspiration und das finde ich immer so geil es war für mich auch im oktober beim allerersten nähtreff bei mir jetzt so weil die wochenende so daran halt mädels dabei die noch gar nichts genäht hatten der wirklich erst das täschchen genäht ihre erste tasche und dann sind sind aus dem nachbarzimmer sind dann die da rausgekommen die die sich den kompletten mantel genäht hat weiß du und jetzt mal sehen müssen die augen so dass wir das auch richtig geil aus und das kann man machen ist überhaupt nicht schwer weiß und und so war das beim nächsten beim nächsten wochenende waren die dann wieder dabei zwei pullis genäht weiße hier noch ein täschchen zack zack ich sag ach du fängst also gerade erst anja ja und das ist ja diesen diesen vibe weißt du das mitzukriegen dass es überhaupt nicht schwer ist wenn man sich wenn man sich traut und wenn man fragt absolut also kann man sagen alle die in der umgebung von frankfurt wohnen und einen kurs buchen ach ja ich muss jetzt die werbung einblenden ja hier wird noch wenn du noch zeit hast nur am ersten am ersten ende april anfang mai haben wir noch mal wochenende ja ja ich muss kommen du darfst ja ja ich weiß lass uns gleich wenn wir hier auf stopp gedrückt haben ja ja wir haben hier schon 48 minuten ja alter verwalter ja es ging runter wie öl das thema sag ich dir ja ja ganz genau dann würde ich sagen verabschieden wir uns einfach mal machen wir hier mal stopp alles klar die themen ausgehen aber ihr könnt uns ja mal also wie vor also erstmal möchte ich ein ganz großes erstmal ist gut hier am ende ich möchte mal ein ganz großes dankeschön sagen ich habe mir gestern mal angeguckt aber es heute heute war es dass wir richtig coole bewertungen gekriegt haben also ganz ganz lieben dank dafür ich habe ich habe bei apple reingeguckt und bei spotify und fans total genial also ihr dürft uns gerne eine bewertung da lassen wenn es geht positiv aber ich freue mich auch oder wir wenn wir feedback von euch kriegen also ihr dürft gerne wenn ihr das jetzt auf instagram seht oder da unsere seite kennt gern mal kommentar da lassen was euer kompliziertes projekt war oder wie ihr damit so umgeht also soll ja hier keine einbahnstraße sein wir freuen uns da auch tierisch drüber eure erfahrungen zu hören absolut ja und damit sagen wir bis zum nächsten mal genau bis dann tschau bis dann tschau